Ja, herzlichen Dank für die Einleitung, lieber Erhard. Danke an dich. Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite an das in diesem Fall für mich virtuelle Podium. Ein herzliches Grüß Gott sozusagen in fast alle Himmelsrichtungen, besonders auch nach Freiburg, an den Klaus Baumann. Wir kennen uns ja noch aus dem Caritas-Kontext, aber ganz besonders ein herzliches Grüß Gott an alle interessierten Damen und Herren, Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ich jetzt gelernt habe im Saal 59, falls ich das richtig verstanden habe, lieber Erhard, auf der Ebene der theologischen Kurse am Stephansplatz in Wien. Aber selbstverständlich, wie mir die Regina vorher gesagt hat, an den, wie hast du gesagt, digitalen Endgeräten, also an ihren Laptops, an ihren PCs und vielleicht auch an ihren Smartphones. Ja, ein herzliches Grüß Gott an alle. Erhard hat es ganz kurz einleitend erwähnt und manche wissen es vielleicht auch noch, ich war eben längere Zeit als Generalsekretär der Caritas Österreich, sozusagen täglich zwischen den Themen des christlichen Glaubens, der Diakonie, der Caritas und der Politik arbeitend. Und das war, durfte für diese Themen, für die Caritas arbeiten, meist war es ein Dürfen, manchmal auch ein Dürfen-Müssen, denn die Herausforderungen waren und sind kräftig. Ich erinnere an die Flüchtlingsthemen, an die Themen, die jetzt immer wieder in den Medien auftauchen, wie Pflege, in Österreich ein großes Thema, bis hin zu Fragen der Armut, Armut weltweit, aber natürlich auch ganz nahe bei uns. Als kirchlich geprägter Mensch hat mich dabei immer wieder ein Satz von Jacques Gaillot, er war mal Bischof und wurde dann als Bischof hier in die Wüste geschickt, wie manche von Ihnen, von euch wissen. Ein Satz von ihm hat mich begleitet, der auch zugleich ein Buch von ihm ist und viele kennen das Buch oder sicher den Satz, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts, hat Jacques Gaillot gesagt, geschrieben und hat dieses Motto auch gelebt, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Lieber Klaus Baumann, Sie oder du, wie gesagt, wir kennen uns aus der Caritas, wir haben uns in Berlin einmal bei einem Kongress auch etwas ausgetauscht, Sie oder du, Sie haben, du hast für heute Abend dir einige Gedanken gemacht, ich bin so frech und wechsle in das Du, du weißt ja, wir in Österreich sind da etwas spontaner, Du hast dir einige Gedanken gemacht, im Sinne einer Kirche, die dem Menschen dienen sollte, einer Kirche aus dem Blickwinkel der Caritas, einer Theologie der Caritas, das ist auch ganz stark die Theologie unseres gegenwärtigen Papstes und in der Redeordnung, die mir der Erhard so zugestellt hat, darf ich dich als Ersten, vielleicht, weil du am weitesten zugeschaltet bist, um dein Statement bitten. Erhard ist recht streng in der Zeit, er hat mir 15 Minuten sozusagen Maximalzeit aufgetragen, du hast das sicher gut im Plan und darf dich um deine Worte und deinen Input bitten. Ja, lieber Bernd, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, ich erwidere das Du gerne wieder von Herzen. Ich würde gerne eine Präsentation freigeben, damit Sie nicht ständig mich anschauen müssen, sondern auch vielleicht dem Gehörten, auch zum Teil lesend folgen. Ich gebe mal gleich den Bildschirm frei und werde dann das und versuche daran nun meinen Beitrag in der Zeit, etwa 15 Minuten, zügig durchzubringen. Es hat natürlich etwas an Disziplin und ich bitte gerne mir zu helfen, wenn ich die versäume. Wenn im Untertitel für meinen folgenden Beitrag Skizze einer Theologie der Caritas steht, meine Damen und Herren, dann meint das für heute Abend nicht ein Skizzieren der verschiedenen theologischen Disziplinen von der Caritas her, wie ich dies vor wenigen Jahren in einem online verfügbaren Artikel versucht habe und mit ähnlicher Stoßrichtung einen Sammelband herausgab. Den Menschen dienen will auch die Caritas-Wissenschaft selbst. Erlauben Sie zwei kurze Sätze zu Ihrem wissenschaftstheoretischen Selbstverständnis, dass sie doch eine Orchidee oder auch ein Mauerblümchen unter den theologischen Fächern und Fakultäten darstellt. Caritas-Wissenschaft ist die wissenschaftliche Bearbeitung der Caritas als der sozialen Sendung der Kirche, mit insbesondere zwei wissenschaftlichen Armen, dem empirisch-human- und sozialwissenschaftlichen Arm und mit dem hermeneutisch-theologischen Arm, mit dem empirisch-human- und sozialwissenschaftlichen Arm, rezipiert und praktiziert die Caritas-Wissenschaft empirische Forschung zur Prävention, zur Analyse und zur Bewältigung sozialer Probleme und zur Förderung ganzheitlicher menschlicher Entwicklung. Dieser Arm ist sozusagen der Arm der Sozialarbeitswissenschaft und ihrer Bezugswissenschaften. Mit dem hermeneutisch-theologischen Arm rezipiert und praktiziert die Caritas-Wissenschaft das theologische Verständnis der Sendung der Kirche in dieser Welt humaner Nöte und ihrer Herausforderungen. Sie klärt, vertieft und entwickelt das theologische Verständnis weiter, insbesondere in der interdisziplinären Interaktion beider Arme miteinander. Beide Arme zusammen sind notwendige wissenschaftliche Bearbeitung der Aufgaben der Caritas, der Sendung der Kirche besonders für die Armen und Bedrängten aller Art, wie Gaudium mit Space 1 formuliert, und in unserer so gefährdeten Schöpfung, die wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen, als alle Grundlage für unser menschliches Leben. Damit bin ich eigentlich auch schon mitten in meinem Thema und möchte dafür vier Punkte kurz erläutern. Bitte sehen Sie dabei meinen von der Kirche in Deutschland eingefärbten Horizont nach. Der erste Punkt, die erste These. Die soziale Sendung der Kirche ist eine sakramentale Sendung und umgekehrt. Ich gehe vor allem auf den ersten Teil ein. Wer würde bestreiten, dass die Sendung der Kirche darin besteht, dass sie den Menschen dient? Chagallos Wort, das Bernd Wachter vorhin nannte, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts, provozierte noch in den 1990er Jahren. Inzwischen findet dieses Wort umfassende Zustimmung. Wozu jedoch soll die Kirche dienen? Zu dogmatischer Rechtgläubigkeit und sexualmoralischer Strenge, wie dies Jahrzehnte nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil katholischerseits kirchenamtlich dominierte, und die Theologie mitunter strangulierte? Berühmt und geliebt ist die Eröffnung der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Von vielen, die dieses Wort zitieren, wird tiefenpsychologisch sehr interessant der blau hervorgehobene Einschub weggelassen. Der gemeinte Widerhall in den Herzen der Jünger Christi ist dagegen eben jener, von dem schon im Matthäusevangelium Jesus Christus im Endgericht spricht und hoffte, dass es diesen Widerhall gibt. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Sie kennen diese Worte, sehr geehrte Damen und Herren, die als leibliche Werke der Barmherzigkeit konkrete Realisierungen der Nächstenliebe sind. Es könnten noch viel mehr solche Sätze gebildet werden. Oder auch das Leitwort des Deutschen Caritasverbandes genommen werden, Not sehen und handeln. Wo dieser Widerhall, diese Resonanz geschieht und entsprechendes Handeln folgt, verwirklicht die Kirche fundamental, was das Zweite Vatikanum als sakramentales Selbstverständnis der Kirche beschrieb. In Lumen Gentium 1. Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Benedikt XVI. fasste diese in die Kurzformel für die ganze Kirche. Sie hat eine Sendung im Dienst der Liebe. Wo die Kirche ihre soziale Sendung lebt und Menschen zusammenführt, verbindet, Einheit schafft, so wie die Slumen Gentium 1 sagt, da ist sie Sakrament. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Da geht um verkehrte Prioritäten der Kirchenkrise. Aus meiner Sicht fatal für die Rezeption wurde die Formulierung Zeichen und Werkzeuge in Lumen Gentium 1, weil sie in dieser Reihenfolge statt in umgekehrter Reihenfolge dasteht. Es steht da Zeichen und Werkzeug statt Werkzeug und Zeichen. Die Kirche will viel zu sehr Zeichen sein als Werkzeug. Dabei kann sie im Geist Jesu Christi Zeichen werden, wenn sie wirklich Werkzeug ist. Werkzeug eines Glaubens, der in der Liebe tätig wird. Wenn in den Kirchenkrisen versucht wird, der Kirche wieder ihre Glaubwürdigkeit zu geben, dann ist es genau der falsche Ansatz. Die Glaubwürdigkeit ist ein Nebenprodukt oder eine Folgeerscheinung dessen, dass die Kirche tut, wozu sie wirklich berufen ist. Stattdessen lässt sich aber eben in der aktuellen Kirchenkrise in Deutschland und wohl weltweit, auch im Gefolge der Missbrauchskrise und in der Unfähigkeit der Kirchenleitungen aus dieser Krise wirklich zu lernen, sehen, wie sehr es stets um das Ansehen und Erscheinungsbild der Kirche geht. Um Selbstschutz des Klerus, zu dem ich übrigens gehöre, und der Hierarchie, statt um die Sorge für die Opfer von Unrecht, von Missbrauch und Gewalt, sei dies in der Kirche oder überhaupt in der Gesellschaft und Welt. Im Vorkonklave zu seiner Wahl sprach der spätere Papst Franziskus vom Narzissmus einer kranken Kirche, die sich nur um sich selbst dreht. Auch für die synodalen Bemühungen in Deutschland und weltweit ist diese Gefahr bei Weitem nicht gebannt. Im Grunde war der Jesuitenkardinal Horche Mario Bergoglio mit seiner Äußerung ganz in der Spur von Dietrich Bonhoeffer und Alfred Delp. Zwei Märtyrern der Nazi-Henker. Dietrich Bonhoeffer schrieb vom Dasein für andere als Transzendenzerfahrung Alfred Delp mit gefesselten Händen von der notwendigen Rückkehr in die Diakonie. Für mich ist es eine ökumenische Freude und zugleich ein Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes in Bonhoeffer und Delp, deren zentralen Worte meine dritte These bilden. Rückkehr in die Diakonie und Gotteserfahrung in Caritas. Bonhoeffer schrieb in Widerstand und Ergebung eindrücklich, unser Verhältnis zu Gott ist kein religiöses zu einem denkbar höchsten, mächtigsten Wesen. Dies ist keine echte Transzendenz, sondern unser Verhältnis zu Gott ist ein neues Leben im Dasein für andere, in der Teilnahme am Sein Jesu. Nicht die unendlichen, unerreichbaren Aufgaben, sondern der jeweils gegebene, erreichbare Nächste ist das Transzendente. Und Alfred Delp kritisierte die wohl etablierte katholische Kirche, wie er sie erlebte und forderte. Das Schicksal der Kirchen wird in der kommenden Zeit nicht von dem abhängen, was ihre prälaten und führenden Instanzen an Klugheit, Gescheitheit, politischen Fähigkeiten und so weiter aufbringen. Auch nicht von den Positionen, die sich Menschen aus ihrer Mitte erringen konnten. 2000 Jahre Geschichte sind nicht nur Segen und Empfehlung, sondern auch Last und schwere Hemmung. Von zwei Sachverhalten wird es abhängen, ob die Kirche noch einmal einen Weg zu den Menschen finden wird. Diese zwei Dinge sind die Rückkehr in die Diakonie und erfüllte Menschen. Delp wörtlich, der eine Sachverhalt meint die Rückkehr der Kirchen in die Diakonie, in den Dienst der Menschheit, und zwar in einen Dienst, den die Not der Menschheit bestimmt. Aus Zeitgründen kann ich diese eindrückliche Passage nur so kurz zitieren. Ebenso den zweiten Sachverhalt. Delp, dies alles wird aber nur verstanden und gewollt werden, wenn aus der Kirche wieder erfüllte Menschen kommen. Die erfüllten Menschen, die sich wieder wissen als Sachwalter und nicht nur Sachwalter Christi, sondern als die, die gebetet haben, mit aller Offenheit, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Ende des Zitats. Und er schließt fast, wie das Zweite Vatikanum es später sagen würde. Die Kirche muss sich selbst viel mehr als Sakrament, als Weg und Mittel begreifen, nicht als Ziel und Ende. Bezeichnend ist, dass Delp nicht vom Zeichen spricht, sondern nur vom Weg und Mittel, vom Werkzeug also. Nimmt man Bonhoeffer und Delp zusammen, kann aufscheinen, dass gerade die Rückkehr in die Diakonie ihrerseits, seelisch und spirituell, erfüllend für diese Menschen ist. Das können viele Menschen sagen, die in Caritas und Diakonie, in Beruf und freiwilligem Engagement ihr Christsein zu leben suchen. Gotteserfahrung in Caritas. Im Blick auf unser Thema komme ich nun zum vierten Punkt, auf zentrale Aufgaben einer Caritas als Werkzeug, als Sakrament. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich diese Aufgaben kurz umschreibe und dabei betone, die Rückkehr in die Diakonie gilt es auch systemisch zu realisieren. Es ist nicht einfach eine individuelle Sache. In diesem Sinne lassen Sie mich vier zentrale Aufgaben nennen, welche die Kirche als Caritas oder Diakonie, als Werkzeug und damit Sakrament, prioritär, mitten in der Gesellschaft und Welt, von heute leben kann und zum Teil auch lebt. Beginnen will ich, nicht überraschend, mit dem ersten, mit personennahen Diensten oder Hilfen, Dienstleistungen, besonders für die Armen und Bedrängten aller Art. Not zu sehen und ganz konkret zu handeln. Dabei schließe ich ein, in alle professionellen Dienste im Sozial- und Gesundheitswesen, die sich im Feld von Caritas und Diakonie und oft auch in ihrem Geiste, in allen Einrichtungen realisieren. Das Zweite ist, und hier kommt die Caritas, gerade auch in ihrer organisationalen Kraft und Realität zur Auswirkung, die Caritas will und soll Solidarität stiften in Kirche und Gesellschaft. Es ist wiederum nicht nur einfach eine Aufgabe des Zwischenmenschlichen und Nachbarschaftlichen, sondern hier geht es um Impulse für die gesamte Gesellschaft wie auch für die Kirche. Ich nenne beide, weil auch innerhalb der Kirche ist Solidarität zwischen den unterschiedlichen Gliedern der Kirche keineswegs selbstverständlich. Der dritte Punkt ist die politische Anwaltschaft der Caritas als Verband oder Organisation gerade in ihrer spitzenverbandlichen Qualität eine zentrale Aufgabe. Politische Anwaltschaft für mehr soziale Gerechtigkeit und für eine gerechtere soziale Ordnung der Gesellschaft und Gesellschaften. Vorhin tönte kurz an, dass es in Österreich in der Politik aktuell andere Themen gibt als diese, wobei ich denke, Korruption und Manipulation sind auch eminent Gerechtigkeitsthemen, die die Kirche auch auf den Plan rufen muss. Und das vierte, eine vierte Aufgabe, die zentral ist für die Caritas, dass sie arbeitet und, wo sie kann, gewährleistet. Aus, Fort und Weiterbildung von erfüllten Menschen für solche Caritas und Diakonie. und auch die Ermöglichung, dass Menschen ihre Erfüllung finden, genau in diesem Feld zu leben, zu arbeiten, ihre christliche Berufung, ihre menschliche Berufung zu realisieren. Diese Aufgaben als sakramentale Aufgaben zu verstehen, das klingt vielleicht für die etablierte Theologie revolutionär. Es ist aber zutiefst katholisch und, wie ich mit Bonhoeffer zu zeigen, versuchte, ökumenisch. Lassen Sie mich darum als Fazit ziehen, denn Menschen, die ihnen in ihren existenziellen Nöten, Verletzungen und Suchbewegungen entspricht dem Wirken Jesu und macht solches Wirken zum Sakrament der Liebe Gottes. Um nicht weniger geht es in einer Theologie der Caritas für die ganze Kirche und ihre eigene Gesundung, weg von der Fixierung auf sich selbst, hin zu den Menschen und Gesellschaften, zu ihren Verwundungen und Bedürfnissen. Wie gesagt, darin kann die Kirche selbst gesunden, wie ich hoffe, weil sie den Menschen dient. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, lieber Klaus. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich wieder hört. Ja, die letzte Folie ist noch eingeblendet. Danke, lieber Klaus. Herzlichen Dank nach Freiburg, wie wir gehört haben, dem einzigen Lehrstuhl für Caritas-Wissenschaften. Das wusste ich nicht. Es gab in Österreich mal einen in Linz, aber den gibt es schon einige Jahre nicht mehr. Das weiß ich. Danke für dein interessantes, spannendes Statement. Und du hast ja getitelt eine Kirche, die den Menschen dient. Erinnere an Jacques Gaiot, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Du hast getitelt eine Kirche, die den Menschen dient. in besonderer Betonung dieser sozialen Sendung der Kirche. Du hast genannt Gaudium et Spes. Du hast die Prioritäten, wie wahrscheinlich viele sie von uns auch in der österreichischen Kirche wahrnehmen, diese verkehrten Prioritäten, sehr pointiert, sehr kritisch benannt, auch von Papst Johannes, Papst Franziskus, auch Johannes Paul II. genannt, aber Papst Franziskus über Bonhoeffer und Delp. Bis zu diesem letzten, glaube ich, für uns alle wichtigen Thema. Und es führt wiederum in das Thema zurück, auch gesamthaft des heutigen Abends, dieser politischen Anwaltschaft. Und was ich schon sehr spannend finde, wie du es benannt hast, dass sozusagen die Rückkehr der Kirche in das Diakonische eine letztlich systematische Fragestellung und insofern auch eine systematische Herausforderung und Aufgabe ist. Herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gesagt, am Stephanplatz und an den Endgeräten. Es wird so sein, dass wir den Raum für Fragen dann nach den Statements öffnen. Dazu kommen wir, nur schreiben Sie sich Ihre Fragen gut auf oder erinnern Sie sich gut, was Sie fragen wollten. Wir kommen dann darauf zurück. Ich darf mich an Sie wenden, liebe Frau Harasta. Sie sind theologische Referentin unter anderem, wie ich jetzt gerade gelernt habe, des Bischofs der Evangelischen Kirche AB in Österreich als solche tätig. Bischof Michael Kalubka kennt ja die diakonische Seite der Kirche so gut wie kaum ein anderer. Ich denke, auch Sie kennen sie mit ihm gemeinsam sehr, sehr gut. Kalubka war ja viele Jahre bevor er Bischof wurde, viele Jahre hinweg als Direktor der Evangelischen Diakonie tätig, mit großem Engagement. Er war ja mein Kollege mit großem Engagement und mit sehr klaren Worten. Ich habe von ihm oft gehört, dass ich der Glaube nicht ins Private, ich sage jetzt überspitzt sozusagen ins Biedermeierliche zurückziehen soll und auch nicht zurückziehen darf. Ich vermute, Sie sind da mit Ihrem Bischof sehr einer Meinung oder ziemlich einer Meinung, aber so können Sie das eine oder andere vielleicht auch in Ihrem Statement erwähnen, auf das was wir uns jetzt sehr freuen und das Wort ist bei Ihnen Frau Dr. Haraster. Herzlichen Dank. Ich werde heute ein Statement von mir vortragen und nicht von Bischof Kalupka. Also Vorsicht, was ich jetzt sage, sagt nicht der Bischof der Evangelischen Kirche in Österreich, sondern sage ich, Eva Haraster, habilitierte Systematikerin und theologische Referentin von Bischof Kalupka. Was hat der Glaube mit der Politik zu tun? Eine evangelische Perspektive. In den letzten Tagen bietet sich ein ungewöhnliches Schauspiel. Es zeigt sich eine Art von Politik, in der es einzig und allein um die Erlangung und Erhaltung von Macht geht. Gerechtigkeit und inhaltliches Ringen um gute Lösungen für eine bessere Gesellschaft spielen dabei eine bestenfalls untergeordnete Rolle. Das hervorstehendste Beispiel ist vielleicht um einen innerparteilichen Rivalen zu schaden, wurde der Ausbau der Kinderbetreuung hintertrieben. Hier zeigt sich eine unangenehme Seite der Politik, das Taktieren um der Macht willen. Freilich auch das ehrliche politische Ringen um Gerechtigkeit wird immer Anteile dieser taktischen Macht Politik haben. Wenn man sich als Kirche oder als Repräsentant von Kirche politisch einbringen will, muss das Taktieren auch einbezogen werden. Anderes wäre naiv. Wenn ich also im Folgenden davon spreche, wie und warum der Glaube auch politisch aktiv wird, muss stets bewusst bleiben, dass dabei eben immer auch diese unangenehme Seite der Politik mitläuft und man sich eben in unheilige Kontexte hineinbegibt. Auch die hersten Idealist Innen müssen pappeln, wenn sie politisch was erreichen wollen. Und noch ein zweites Kaviert am Anfang von einer zweiten Begleiterscheinung politischen Agierens ist der Glaube dann ebenfalls betroffen. Wer politisch handelt, kann in die Irre gehen. Ja, sie oder er wird unweigerlich zuweilen in die Irre gehen. Ein relativ zahmes Beispiel ist vielleicht die Palmöl-Politik der Europäischen Union, die dem Klimaschutz dienen wollte, aber gravierende klimaschädigende Auswirkungen zeitigte, bevor sie zurückgefahren wird. Ein drastisches Beispiel hingegen ist das Schuldig Werden der evangelischen Kirche AB in der Zeit des Nationalsozialismus. Damals begrüßte die Mehrheit der evangelischen freudig und begeistert den Anschluss an das NS-Geschichte. Man meinte, es sei eine Zeit der Freiheit und Entfaltung gekommen. Das Unrecht und die Menschenverachtung der NS-Ideologie erkannte man zu spät. Wer politisch aktiv wird, steht in der Gefahr zu irren und sich schuldig zu machen, zum Teil mit drastischen Auswirkungen. Aber genug der Vorbemerkungen, ich lege Ihnen drei kurze Thesen vor. These 1. Sine viset verbo, die Kirche ein Ort jenseits der Politik? Fragezeichen. Jetzt habe ich schon mehrmals davon gesprochen, dass der Glaube unweigerlich auch politisch aktiv wird. Dabei stand doch am Anfang der evangelischen Tradition ein starker Einspruch gegen die politischen Herrschaftsansprüche der Kirche. Martin Luther kritisierte, dass katholische Amsträger seiner Zeit damals auch weltliche politische Macht ausübten. Im Augsburger Bekenntnis, dass die protestantischen Stände 1530 Kaiser Karl V. vorlegten, betonte man in Artikel 28, darum soll man die zwei Regierweisen Gottes, das Geistliche und das Weltliche, nicht ineinander mengen und verwerfen, miteinander werfen, denn die geistliche Gewalt hat ihren Auftrag, das Evangelium zu predigen und die Sakramente zu reichen, soll aber nicht in ein fremdes Amt verfallen, soll nicht Könige einsetzen oder absetzen, soll die weltlichen Gesetze und den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit nicht aufheben oder zerrücken, soll der weltlichen Gewalt nicht Gesetze machen, wie denn auch Christus selbst gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Kirche ist als Gemeinschaft im Glauben nach evangelischem Verständnis der Raum der geistlichen Regierweise Gottes. In der Kirche soll nicht die politische Dominanz oder Macht Ausübung, sondern das Wort von der Gnade Gottes den Umgang miteinander prägen, sine vi sed verbo. Die lutherische Unterscheidung zwischen den beiden Regierweisen Gottes wurde in der Vergangenheit öfters im Sinn eines Quirtismus Verstand. Man meinte, sich mit dem Glauben in den Bereich des Privaten zurückziehen zu können, die Religion aus dem politischen Feld heraushalten zu können oder gar zu müssen. Die deutschsprachige evangelische Theologie hat ihr starkes Lehrgeld bezahlen müssen. Lutherische Theologen waren auch wegen dieser scheinbar friedlichen Trennung für die menschenverachtende und gewaltverherrlichende Ideologie des Nationalsozialismus anfällig. Man meinte damit nichts zu tun zu haben. Schließlich betraf es ja den politischen Bereich, den Bereich der weltlichen Regierweise Gottes, in der es eben nicht zimperlich zugeht, in dem eben Gewalt und Zwang regieren, um Schlimmeres zu verhindern. Diese Haltung hat großes Unrecht verursacht und im Vorschub geleistet. Wer meint, unpolitisch sein zu können, kann rasch in die Position kommen, Unrecht zu stürzen. Diese Haltung ist aber auch eine Missdeutung der lutherischen Unterscheidung zwischen den beiden Regierweisen Gottes. Bei der weltlichen Regierweise Gottes, also dem politischen Bereich, geht es nicht um einen Bezirk, der irgendwie abgegrenzt und isoliert vom Leben der Glaubenden wäre. Es geht vielmehr bei den beiden Regierweisen Gottes, der geistlichen und der weltlichen, um unterschiedliche Kontexte, in denen man als glaubender Mensch lebt. Ich will sagen, als evangelische Christin bin ich auch Staatsbürgerin, bin Wählerin und Mitglied der Zivilgesellschaft. Ich kann mein Handeln als Staatsbürgerin nicht von meinem Handeln als evangelische Christin trennen. Und weiter, als evangelische Kirche ist man natürlich zunächst eine Gemeinschaft im Glauben. Man ist aber auch eine Körperschaft öffentlich rechts involviert in gesellschaftliche und politische Diskussionen, wie die einzelnen Mitglieder in ihnen involviert und von ihnen betroffen sind. Und man dringt sich ein mit so ein Dokument des Lutherischen Weltbundes zitierend, bei dessen Entstehung ich auch selbst beteiligt war. Das Dokument heißt auf Deutsch die Kirche im öffentlichen Raum und ist auf der Website des Lutherischen Weltbundes als PDF Dokument zu finden. Ich zitiere Seite 9. Als Kirchen sowie als Christinnen und Christen sind wir von der Botschaft des Evangeliums geprägt, jener befreienden Kraft, die uns dazu befähigt, ein Leben zu Leben, das die frohe Botschaft widerspiegelt. Die Wiederentdeckung der Rechtfertigung aus Gnade durch den Glauben während der Reformation war mit einer neuen Vorstellung von Gerechtigkeit in der Gesellschaft verbunden und veränderte Individuen, die Kirche und andere Institutionen. Die aus dem tieferen Verständnis der Botschaft des Evangeliums hervorgegangene geistliche Klarheit setzte erstaunliche Energien zur Förderung des gesellschaftlichen Wandels Bein. These 2 Das Gewicht der Geschichte Die Kirche immer schon in Politik verwickelt. Gerade habe ich es als theologisch grundsätzliche Aussage formuliert, dass die Kirche immer auch mit einem Fuß in der Politik steht, weil es ihr um Gerechtigkeits Fragen geht. Dieser Zusammenhang von Kirche und Politik lässt sich aber auch als geschichtliche Aussage treffen und auch differenzieren. Weil ich ist es als geschichtliche Aussage weniger heer- und heroisch, sondern manchmal ein bisschen unangenehmer, wie Politik und Glaube miteinander verwickelt sind. Die Verwobenheit von Politik und Religion in der Reformationszeit zeigt sich schon am Augsburger Bekenntnis selbst. Diese Bekenntnisschrift ist nicht nur ein theologisches, sondern auch ein politisches Dokument. Sie gehört zu den Akten des Augsburger Reichstags von 1530. Konfessionelle und politische Fragen hatten damals unmittelbare Bedeutung für die Reichspolitik. Von einer Trennung zwischen Staat und Kirche war keine Rede. 1555 wurde dann ein Prinzip festgeschrieben, dass das Leben der Kirchen für Jahrhunderte prägen sollte. Cuyos religio ellos religio. Die Bevölkerung hatte der Konfession des Landesherrn zu folgen. Für die Evangelischen in Österreich hatten diese politischen Entwicklungen direkte Folgen. Als verbotene Kirche waren die evangelischen Gemeinden bis 1781 von jeder politischen Äußerung oder gar Einflussnahme ausgeschlossen. Langsam und schrittweise wurde im Lauf von über 150 Jahren ab dem Toleranz Patent von 1781 diese Diskriminierung abgeschafft, bis der heutige Zustand erreicht war, eine freie Kirche im freien Staat. Die Geschichte prägt aber auch den heutigen Zugriff auf die Rolle der evangelischen Kirche im politischen Diskurs in Österreich. Evangelisch-theologische Ansätze politischer Ethik aus Deutschland stehen in der Tradition des Staatskirchentums. Sie setzen ein grundsätzlich affirmatives Verhältnis der protestantischen Kirche zum Staat voraus. Die Kirche in Deutschland zum Teil Mehrheitskirche erscheint aus dieser Perspektive selbstverständlich als wohlwollende Beraterin der Politik auf Augenhöhe und als Moderatorin von politischer Entscheidungsbedingungen. Bis heute, denke ich, spielen diese Bilder eine Rolle, wenn RepräsentantInnen der deutschen evangelischen Landeskirchen sich öffentlich politisch äußern. Anders aber verhält es sich in Österreich. Hier hatte eine andere Konfessionskirche die Rolle der selbstverständlich einflussreichen Staatskirche. Die Evangelischen waren nie staatstragend unterwegs und hatten nie einen entscheidenden Einfluss auf die Politik. Vielmehr war es umgekehrt. Der Habsburger Staat übte aus politischen Motiven starken Einfluss auf die evangelische Kirche aus. Ein Beispiel. Vor ein paar Tagen haben wir 200 Jahre evangelisch-theologischer Fakultät gefeiert an der Universität Wien. 200 Jahre. Die Lehranstalt für evangelische Pfarrer in Ziesleitanien wurde 1821 freilich auch aus einem handfest politischen Interesse des Staates herausgegründet. Der Staat wollte Kontrolle über die Ausbildung der Protestanten haben. Ein zweites Beispiel. Mit der Kirchenleitung der evangelischen Kirche AB in Österreich wurde lange Zeit eine staatliche Behörde betraut. Das Konsistorium war eine staatliche Behörde. So entsprach es der Auffassung vom kaiserlichen Episkopat. Nun, Franz Josef hat ja sogar den Papst eingesetzt. Kein Wunder, dass er auch die evangelische Kirche in Österreich beherrscht hat. Diese staatliche Leitung der evangelischen Kirche wurde auch nach dem Ersten Weltkrieg genauso weitergeführt. Der sich katholisch gebende Ständestaat betrieb bis ebenfalls weiter. Erst 1938 wurde der Oberkirchenrat entstaatlich ausgerechnet vom NS-Regime. Freilich auch mit einem politischen Motiv dieses Staates zur nationalsozialistischen und Ideologisierung der Gesellschaft sollte die Gesellschaft entkonfessionalisiert werden und Staat und Kirche deutlich getrennt werden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es dann dazu, dass die evangelische Kirche AB eine freie Kirche im freien Staat werden konnte. Ab 1955 verhandelte man, 1961, 100 Jahre nach dem Protestantenpatent, wurde schließlich das Protestantengesetz verabschiedet. Das Bundesgesetz über äußere Rechtsverhältnisse der evangelischen Kirche. Es war also ein Anlauf von mehr als 150 Jahren. Seit dem josefinischen Toleranzpatent ist die evangelische Kirche in Österreich im Protestantengesetz von 1961 die folgende aus heutiger Sicht völlig selbstverständliche, geschichtlich, aber epochale Zusicherung bekam. Ich zitiere, die evangelische Kirche ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbstständig. Sie ist in Bekenntnis und Lehre und in deren Verkündigung sowie in der Seelsorge frei und unabhängig und hat das Recht der gemeinsamen öffentlichen Religionsausbildung. Insbesondere ist sie berechtigt, selbstständig für alle oder für einzelne ihrer Angehörigen allgemein oder im Einzelfall verbindliche Anordnungen zu treffen, die innere Angelegenheiten zum Gegenstand haben. Wenn manche die Verrechtlichung unserer Kirche beklagen, sie ist auch ein Triumph, denn wir dürfen verbindliche Anordnungen treffen, die uns selbst betreffen. Diese Sätze legen aber die Grundlage dafür, dass die evangelische Kirche in Österreich sich auf Augenhöhe in den politischen Diskurs einbringen darf und kann und diese Verantwortung nun aber auch hat und sich einbringen kann für den reformatorischen Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft. Die Bewusstsein freilich immer darum, simul justus et peccator zu sein, als auch als Kirche gerecht und sündig zugleich und gerade im politischen Einsatz immer in der Gefahr zu irren auf, so sehr man sich für die Gerechtigkeit einsetzen will. These 3, kurz am Ende, Befreiungstheologie in einer demokratischen Gesellschaft. Für jede Zeit stellt sich die Frage nach der politischen Verantwortung des Glaubens und der Kirche eigens und besonders. Heinrich Bedford-Strom, der Ratsvorsitzende der EKD und Bayerische Landesbischof, entwirft die politische Verantwortung der Kirche als Befreiungstheologie in einer demokratischen Gesellschaft. Damit will er sagen, aus dem Glauben heraus gilt es, sich für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen. Während sich die klassischen Befreiungstheologen in Südamerika etwa oder auf den Philippinen im katholischen Kontext, in staatlichen Kontexten bewegen, die von Unterdrückung und starken Ungerechtigkeiten geprägt sind, bewegen sich die Kirche in Österreich im Kontext einer Demokratie und eines Rechtsstaates, der kein Gerechtigkeits-Nyawana ist, aber trotzdem anders als eine Diktatur, in der man sich befreiungstheologisch engagiert, anklagert gegenüber dem Staat. Auch die evangelische Kirche ist seit 1961 vollends angekommen und darf sich also auch nicht vor der Verantwortung drücken, wie damit einhergeht, eine zweikleine, aber feine und vor allem freie Kirche in einem freien Staat zu sein. Oder um es noch einmal mit dem Dokument des Lutherischen Weltpunts zu sagen, für die Lutherische Gemeinschaft war ein gerechtes und verantwortliches Handeln in Kirche und Gesellschaft schon immer ein zentrales Anliegen. Während die Lutherische Gemeinschaft in früheren Jahrhunderten ihre Aufmerksamkeit überwiegend auf staatliche Autoritäten richtete, steht in unseren demokratischen und pluralistischen Gesellschaften heute die Bekräftigung der zentralen Rolle der Zivilgesellschaft unter Bürger und Bürgerinnen, die aktiv am öffentlichen Raum teilhaben im Mittelpunkt. Unser Ziel als Christinnen und Christen ist es, alle Bereiche des öffentlichen Raumes für alle frei zugänglich zu halten und zu machen, ohne Einschränkung aufgrund eines Merkmals wie zum Beispiel Hautfarbe, Kaste, Religion oder Geschlecht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Dr. Harasta. Ich glaube, ich bin jetzt wieder hörbar. Danke für Ihr Statement. Selbstverständlich und ganz intensiv betont Ihr Statement nicht in Sprachrohrfunktion für Ihren Bischof verstanden. Das möchte ich noch unterstreichen. Selbstverständlich Ihr Statement, für das ich mich ganz herzlich bedanke, auch im Sinne der Zuhörerinnen und Zuhörer glaube, politisch, wie Sie ausgeführt haben. Spannend auch, eine sehr kritische Positionierung und Reflexion Ihrer eigenen Kirche, die wir vernehmen konnten. Spannend auch, wie Sie gesagt haben, eine Kirche, die Kirche hat immer einen Fuß, sie steht immer mit einem Fuß, auch in der Politik, ja, wie Sie gesagt haben, sozusagen als Körperschaft, auch öffentlichen Rechts in besonderer Herausforderung. Spannend auch, die historischen Aspekte. Ich habe einiges wieder gelernt und mich an meine Studientage erinnert. Auch diesen politischen Diskurs auf Augenhöhe, den Sie betonen und auch wiederum die Reflexion, dass ein Rechtsstaat noch nicht automatisch ein gerechter Staat ist und die zentrale Rolle des zivilgesellschaftlichen Handelns, die Sie am Schluss erwähnt haben und in besonderer Weise positioniert haben. Herzlichen Dank, Frau Dr. Haraster, für dieses spannende Statement und noch einmal in Erinnerung gerufen, weil manche vielleicht manche von Ihnen schon mit Fragen scharren. Auf diese kommen wir dann auch zu sprechen und zurück. Also bitte Fragen notieren, falls es Ihnen so geht wie mir. Ich vergesse sie ansonsten immer wieder. Also notieren Sie und fragen Sie dann. Ich darf weiter schreiten. Sehr geehrte Frau Frau Professorin Rosenberger zu Ihnen. Sie sind Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Wien. Papst Johannes Paul hat Derenst Österreich als die Insel der Seligen bezeichnet. Ich meine, es war damals zu seinem Besuch 1978, der ja noch in einem anderen Licht gestanden ist, als dann er das zweite Mal nach Österreich gekommen ist. Vermutlich hat er das auch gesagt, weil bei uns, bei allem Jammern auf gutem und hohem Niveau vieles dann doch nicht so schlecht ist oder vielleicht auch, weil er viele schöne renovierte Kirchen unseres Landes bei seinem Besuch gesehen hat. Tatsächlich war in Österreich Stichwort Aussöhnung unter Kardinal Franz König mit der Sozialdemokratie und viele andere Aspekte ein entspanntes Miteinander zwischen Politik und Kirchen, zwischen Politik und Religionsgemeinschaften angesagt. Das hat sich in den vergangenen Jahren, so zumindest in meiner Wahrnehmung, einiges gedreht. Denken wir an die Kirchenchats in den vergangenen Monaten eines ehemaligen Bundeskanzlers. denken wir an die Wahlwerbung der Freiheitlichen Partei und es würden mir jetzt auch bei anderen Parteien einige Punkte einfallen, die man erwähnen könnte. sozusagen die Frage ist aus Entspannung Spannung geworden. Das Wort ist bei Ihnen, sehr verehrte Frau Professorin Rosenberger. Ich darf Sie um Ihr Statement bitten und dank den beiden Vorrednern, dem Vorredner, der Vorrednerin auch für die zeitliche Disziplin. Wir sind zeitlich ganz gut im Rennen. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich habe eine PowerPoint vorbereitet. Ich glaube, man sieht sie schon, oder? Man sieht sie. Genau. Mein Thema Religion und Politik. Ein angespanntes Verhältnis verweist eher auf die neueren Entwicklungen hin. Wenn ich mich mit Religion und Politik beschäftige, dann geht es um zwei Sphären, gesellschaftliche Sphären, politische, zwei Sphären, die miteinander in Beziehung treten. Das heißt, ich schaue mir weniger Religion oder Religionen an und auch nicht per se Politik, sondern ich versuche mich auf das Verhältnis zu beziehen und das Verhältnis ein bisschen auszuleuchten. Es ist vorhin davon gesprochen worden, dass es der Politik um die Macht ginge. Ich denke, es gibt auch andere Bereiche, Religionen, Religionsgemeinschaften, denen die Macht und das Machtstreben nicht fern ist. Ich glaube, das verbindet möglicherweise sogar die beiden Bereiche Religion und Politik. zum einen und zum Zweiten, ich gestehe schon ein, als Politikwissenschaftlerin, als politisch Interessierte, dass das, was für mich viele Jahre und Jahrzehnte Leidenschaft war, mir zunehmend auch Leidenschaft. Und trotzdem, was sozusagen, was aber die Leidenschaft am Leben erhält für die Politik, ist, dass es die Politik ist, nämlich im Sinn der liberal-demokratischen Ordnung, die Religionen, nicht einer Religion, nicht einer Hauptreligion, sondern Religionen und religiösen Menschen Grundfreiheiten gewährt. Das heißt, ohne Politik, ohne liberal-demokratische Ordnung hätten die Religionen keinen Raum, wo sie in gleicher und freier Art und Weise agieren könnten. Das spricht für die Politik, zumindest für die liberal-demokratische Politik. Wenn ich von Religion spreche, dann meine ich sozusagen auf geschuldet meiner Disziplin, der Politikwissenschaft, meine ich oder beziehe ich mich, referiere, referenziere ich auf Religionsgemeinschaften. Und ich glaube, das haben Vorredner und Vorrednerinnen auch schon, also indirekt zumindest erwähnt oder anders erwähnt, bezeichnet, Religionsgemeinschaften, sie haben eine Rolle für das gute Leben, sie haben eine helfende, eine dienende Rolle, aber, und das, was ich interessant finde, ihre Rolle ist auch eine der politisch Handelnden, der politisch Mitgestalteten für ein sogenanntes gutes Leben. Und das ist die Frage, inwiefern sich Religionen, Religionsgemeinschaften, das sind Kirchen, aber nicht nur Kirchen, Religionsgemeinschaften, sich dieser Aufgabe stellen, nicht nur zu dienen, für Arme, für Stimmlose, etc., denen eine Stimme zu geben, sondern wie weit sie sich verstehen, das gute Leben mitzugestalten, in einem politischen Sinne. Wenn ich mich diesen Fragen widme, dann sehe ich empirisch, dass Politik im Sinne von, oder als politische Entscheidungsträgerinnen, insbesondere Gewählte, Abgeordnete und Regierungen auf der einen Seite und Religionsgemeinschaften auf der anderen Seite, sie in zwei Bereichen miteinander in Verbindung stellen. Bereiche, die unterschiedlich beurteilt, bewertet werden. Zum einen Politik und Religionsgemeinschaften, sie verhandeln Religionskonflikte. Und zwar Konflikte, aber Religionskonflikte würde ich so definieren, das sind Konflikte um Religion und den Stellenwert von Religion, von Religiosität, religiösen Menschen, aber auch Religionsgemeinschaften im öffentlichen Raum. Was ist die Rolle von Religionsgemeinschaften und religiösen Menschen in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum? Das sind die klassischen Religionsthemen und Religionskonflikte. Und ich spreche von Religionskonflikte, weil für Politik ohne Konflikt nicht denkbar ist. Sozusagen die Grundessenz von Politik ist Konflikt. Und dort sozusagen, wo das Verhältnis von Politik und Religionsgemeinschaften interessant wird, ist es, wo es um Konflikte geht, nämlich um unterschiedliche Vorstellungen, wie beispielsweise die Präsenz von Religion im öffentlichen Raum gestaltet sein soll. Das ist die eine Seite, die, glaube ich, auch relativ unbestritten ist, auch in der österreichischen Geschichte, relativ jüngeren Geschichte unbestritten war. Der zweite Punkt ist die Frage, inwiefern und inwiefern von der Intensität her, aber auch sozusagen in welche Themen mischen sich Religionsgemeinschaften ein. Sie mischen sich ein, insbesondere in Gesellschaftspolitik und in die Sozialpolitik. Dazu gehört auch Flüchtlingspolitik etc. Und diese Frage, also oder beide Aspekte, sowohl die Religionskonflikte, aber möglicherweise mehr noch die Frage der Einmischung in Gesellschaftspolitik, zeigt sich in teils angespannter Art und Weise, aber teils auch in unterstützender Art und Weise. Wobei ich, I think I need to, what I'm taking away is thinking more about the emotions people get and thinking more about what emotions I want them to take away from the facilitations I do. I'm more content-based so far, but thinking more about Entschuldigung, wir haben vereinbart, dass die Fragen im Anschluss gestellt werden. Da hat sich vielleicht jemand zugeschalten. Ja, okay. Es kann sein, aber ich glaube, ich darf weitermachen jetzt. Absolut, bitte, bitte. Ja, genau. Also wir waren, also ich war bei dem Punkt, die sozusagen, wo wird die Beziehung, das Verhältnis, das angespannte Verhältnis virulent in religionspolitischen Fragen und in sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen. Wobei, wenn ich von sozial- und gesellschaftspolitischen Fragestellungen spreche, dann und an Religionsgemeinschaften denke, dann würde ich sagen, dass die Religionsgemeinschaften in der Zweiten Republik in Österreich nicht per se die Proponenten dafür waren für mehr Gleichheit, für mehr Freiheit, sie haben sich insbesondere auch für Ungleichheit und für Unfreiheit engagiert und das war ja eine Zeit lang auch der große Konfliktpunkt, den es zwischen Religionsgemeinschaften, Kirchen und Politik gegeben hat. Wenn wir ganz so zwei Minuten oder eine Minute auf diese Phasen des Verhältnisses wir blicken und sozusagen einen kurzen Rückblick, dann würde ich sagen, dass nach 1945 die erste Phase war, also die Phase der Erosion des so nicht demokratischen politischen Katholizismus in Österreich. Politischer Katholizismus der 30er Jahre, wo dann nach 1945 der Versuch gestartet worden ist, von beiden Seiten, von den Kirchen her, aber auch von der Politik her, den politischen Katholizismus hinter sich zu lassen und sozusagen in ein politisches Verhältnis zwischen den beiden Akteuren einzutreten, aber nicht sozusagen in ein Verhältnis, wo Politik sich gleich, also eins zu eins verschränkt mit Religion. Das heißt, es gab so etwas wie einen Abriss des politischen Katholizismus, der dazu geführt hat, in der Folge zu einer entspannten Phase der 80er und 90er Jahre, wobei die entspannte Phase zwischen Religionsgemeinschaften und Politik auch eine Phase war des Zurückgangs der religiösen Gebundenheit und gleichzeitig des Ausbaus von Wertvorstellungen und von Politik, das sich an mehr an Gleichheit und Freiheit orientiert hat. Wir sind heute sozusagen in einer neuen Phase, wo wir es mit neuen Konflikten, mit neuen Spannungsverhältnissen zu tun haben und wo wir aber wieder drinnen sind, wo es um Freiheit und Gleichheit, aber in einer anderen Strukturierung es sich handelt. Mein Argument, das ich in den nächsten fünf Minuten noch behandeln möchte, ist, dass wir derzeit in einer Situation in Österreich sind, wo Religion als Thema der politischen Debatte an Bedeutung massiv gewinnt, gleichzeitig aber Religionsgemeinschaften in der politischen Sphäre an Bedeutung verlieren, und zwar alle. Das heißt, wir haben eine gegenläufige Entwicklung. Das heißt, die Möglichkeiten der politischen Mitwirkung schwinden, das ist sozusagen der Punkt, der in Religionswissenschaft ein Stück weit anders diskutiert wird, als wir in der Politikwissenschaft diskutieren, die Möglichkeiten politischer Mitwirkung schwinden, nicht, weil die Säkularität zunehmen würde, weil sich die rechtlichen Grundlagen der Kooperation verändern würden, sondern, weil wir es mit einer Änderung der politischen Ordnungsstrukturen zu tun haben. Und das macht sozusagen den wesentlichen Unterschied aus. Nicht die Veränderungen in der Gesellschaft mit Religiosität und Säkularität oder Veränderungen im rechtsstaatlichen Bereich. Vorhin ist der Begriff des Rechtsstaates gefallen, denn im rechtsstaatlichen Bereich haben wir keine Veränderungen, aber wir haben Veränderungen in bestimmten Vorstellungen des politischen und Ordnungsstrukturen. Und ich habe sozusagen meine These in der Debatte ein anwachsen der Bedeutung der Religion, in der Handlungsfähigkeit ein Verlust von Religionsgemeinschaften. Und ich denke, diese beiden Bilder bringen das, ich hoffe, Sie sehen beide, bei mir sind die Fotos eingeblendet, diese beiden Bilder bringen das sehr schön zurande, sozusagen hier eine Schwester, die Schwester Notburger, einem Kloster in Hallen-Tirol, wo sie sich seit Wochen, Monaten für die Flüchtlingsfrage engagiert, teilweise zusammen mit Bischof Klettler, aber sie trotzdem in ihrem Engagement politisch völlig einflusslos marginal am Rande bleiben. Das zweite Foto, ich hoffe, man sieht es ausreichend, das ist also ein kürzliches Foto von einer Wahlfahrt nach Mariazell, die kirchlichen Würdenträger mit dem Bundeskanzler in der Mitte, man könnte meinen, sozusagen Politik in der Mitte, Religion in der Mitte, aber in einer Ebene, die vor allem sozusagen eine Ebene der Symbolpolitik und des Diskursiven da ist. Das ist sozusagen diese Kontrastierung, die ein Stück weit meine These zum Ausdruck bringt. Damit komme ich um die beiden Seiten derselben These, nämlich Bedeutung der Religion als politisches Thema, aber nicht als religiöses Thema zu beleuchten. Die eine Seite der Münze ist die, dass wir sozusagen eine Rückkehr von Religion in den politischen Raum haben, aber eine Rückkehr über bestimmte Symbole, über bestimmte streitige Themen, auch der Freie Sonntag oder der Karfreitag, Religionsunterricht, aber insbesondere sozusagen über Kreuz und politischen Islam. Sozusagen damit dominiert Religion nahezu die politische Debatte. Und in dieser Dominanz taucht auf, dass wir zwei ambivalente Religionsverständnisse zur selben Zeit beobachten können. Zum einen Religion als Kultur mit Präsenz in der Öffentlichkeit, zum anderen Religion als Privatsache, wenn es um eine Minderheitsreligion geht. Und diese beiden Religions, also Verständnisse von Religion aus der politischen Perspektive, sie sind gleichzeitig. Also sie sind sozusagen die beiden Seiten einer Medaille, nämlich Aufwertung und Privatisierung von Religion gleichzeitig. Zum Zweiten, also die Kehrseite dieser Einfluss, Verlust von Religionsgemeinschaften, ich denke, dann können wir auch eine Reihe von Aspekten aktuell beobachten, also wenige Involvierung in die politische Sphäre über Praktiken, die sich religionspolitisch, aber auch gesellschafts-, vor allem auch religionspolitisch in den letzten Jahren herausgebildet haben. Zum einen, zum Zweiten, interessant ist auch, dass die Entscheidung, die Politiker und Politikerinnen, die sozusagen in Entscheidungspositionen sind, immer weniger eine christliche, eine politische Sozialisation als christliche Sozialisation erfahren haben. Das ist ein relativ neues, vor allem dort sozusagen, wo wir es mit der christlich-sozialen Partei zu tun haben, die eine Regierungsfunktion ist, die sich auf der Sozialisationsebene entkoppelt von Kirchen und Religion. Wir sehen die besondere Betonung des politischen Islam, womit die islamische Glaubensgemeinschaft als politischer Akteur ziemlich unter Druck kommt und wir sehen aber auch, und das wissen Sie besser als ich, inwiefern die Wohlfahrtsstaat, so wie die wohlfahrtsstaatliche Arbeit in Österreich durch Caritas und Diakonie organisiert, strukturiert und rechtlich verankert ist, kommt und kommt sie sozusagen auch in deutliche Abhängigkeitsstrukturen, weil sie ähnliche Strukturen, also eine ganz andere, ein anderes Verhältnis hat beispielsweise wie in Deutschland die Wohlfahrtsorganisationen zur Politik, wo sie viel stärker verrechtlicht Aufgaben übernehmen und das in Österreich nicht der Fall ist. Und die Einflusslosigkeit in der Flüchtlingspolitik habe ich schon erwähnt. Damit komme ich zu meinem Argument, womit das zu tun hat, wie bereits erwähnt, es hat nicht mit einer Säkularisierung der Gesellschaft zu tun, auch wenn das manchmal erwähnt wird, es hat auch nicht mit der Kirchengebundenheit oder mit dem Rückgang der Kirchengebundenheit zu tun, sondern es hat sozusagen mit dem zu tun, was wir in der Politikwissenschaft als die Entwicklung eines Deep State bezeichnen. Das heißt, eine Monopolisierung von Interessen, eine Monopolisierung von Deutungshoheit von gesellschaftlichen Phänomenen, auch eine Monopolisierung von dem, was sozusagen Wissensproduktion, was denken wir, was wissen wir über bestimmte Aspekte, dass wir es hier sozusagen mit einer starken Monopolisierung zu tun haben, kürzlich, also ganz ein praktisches Beispiel, je mehr Zentralisierung wir in der Flüchtlingspolitik haben, in der Sozialpolitik haben, desto stärker sozusagen ist die staatliche Deutungshoheit, die staatliche Wissensproduktion und sie ist sozusagen nicht geteilt auf verschiedene Segmente, auch nicht sozusagen auf Religionsgemeinschaften, Caritas und Diakonie. Das schöne Zitat, dass wir das ein Stück weit zu den Problemen der KSÖ, der Katholischen Sozialakademie in Österreich geführt hat, muss ich jetzt nicht wiederholen, es ist bekannt, aber es ist sozusagen, es passt sich in diese Logik hinein, dass kritische Stimmen sozusagen nicht gewollt sind und wenn sie trotzdem erhoben werden, finanzielle Konsequenzen damit einhergehen. Das ist der eine Punkt, der zweite Punkt, wir haben es zu tun mit einer engen Verschränkung von Religionspolitik und Migrationspolitik und diese Aufwertung von Religion ist die Aufwertung von Religion und Christentum als abendländische Kultur, es ist aber nicht sozusagen eine Aufwertung von Religion und Christentum als religiöse Wertvorstellungen, wie sie vorhin zitiert worden sind von den Vorrednern und Vorrednerinnen, helfen, dienen etc. Also wunderschöne Worte, aber das sozusagen widerspiegelt sich derzeit nicht im politischen Alltag, aber auch nicht im Verhältnis zwischen Politik und Religionsgemeinschaften und ich glaube schon, dass das Problem dabei ist, dass säkulare Parteien in dieser Situation an Deutungshoheit verlieren und dass es sozusagen christlich-soziale Parteien sind, die zu dieser Situation wesentlich beitragen. Was tun, mein Schlusswort, was tun, was sollten Religionsgemeinschaften in dieser Situation tun? Ich denke, dass Religionsgemeinschaften mehr denn je Zivilgesellschaft sein sollten, also nicht nur Kirche, Machtkirche, Staatskirche oder was auch immer, sondern mehr denn je Zivilgesellschaft, dass die Eliten der Religionsgemeinschaft durch Zivilgesellschaft oder durch zivilgesellschaftliche Gruppierungen die religiöse Naheverhältnisse zu stärken sind, aber mindestens so wichtig und das ist ja auch nicht immer so deutlich, dass religiöse Eliten der Religionsgemeinschaften religiöse Initiativen und wohlfahrtsstaatliche Initiativen ebenso zu unterstützen hätten. Der erste Punkt, der zweite Punkt, ich denke, dass in dieser Situation der Entwicklung eines Deep State religiös, religionspolitisches Handeln über Konfessionen hinweg notwendig ist, nämlich sachpolitisches Handeln und der dritte Punkt, der ist auch von meiner Vorrednerin schon von anderen Seiten her schön angesprochen worden, Religion, Religionen selber haben sich als politisch zu betrachten und zwar im Sinne von als politisch betrachten, nämlich die politischen Konsequenzen von Handeln von Religionsgemeinschaften, das religiös affirmiert ist, zu berücksichtigen. Das heißt, sich gegen politische Vereinnahmung zu wehren, aber auch und mindestens so sehr gegen religiös-fundamentalistische Vereinnahmung zu wehren. Wenn wir hier ein Stück weiter kommen, dann bin ich sozusagen wieder ganz zuversichtlich in die liberal-demokratische Ordnung, das Verhältnis von Religion und Politik. Vielen Dank. Danke, Frau Professor Rosenberger, für diesen spannenden Input, für diesen spannenden Bogen. Religionen, Religion gewinnt an Bedeutung in der politischen Debatte und andererseits der Verlust an Bedeutung der Religionsgemeinschaften. ganz eindrücklich in Ihrem Vortrag dieser wunderbare Vergleich der Schwester Nordburger aus Hall und der Wallfahrt nach Maria Zell auch ihre Pointe in Richtung Religion als sozusagen Kulturgut verstanden zu wollen. Ich denke der Wunsch mancher Parteien oder politischen Repräsentanten auf der anderen Seite eben ihre Ansage Religion in das Private zu drängen, vor allem dann, wenn es um den Islam geht. Die Punkte der Flüchtlingspolitik ganz stark hängen geblieben bei mir und wahrscheinlich bei einigen Zuhörerinnen kritische Stimmen beseitigen zu wollen. Deep State ein mir neuer Begriff den ich heute gehört habe, den ich mir merken werde und danke auch ganz spannend. Sie haben sozusagen schon einige mögliche Handlungswege aufgerissen. Ganz herzlichen Dank Frau Dr. Rosenberger für diesen Input und auch im Blick auf die Zeit darf ich last but not least zu dir liebe Regina kommen. Liebe Regina, wir kennen uns schon ein, zwei Tage insofern danke auch, dass ich beim Du bleiben darf. Du hast mir vor etlichen Jahren einmal bei einem Abend dessen gesagt religiöse Sozialisation begünstige illiberale Haltungen religiöse Sozialisation begünstige illiberale Haltungen das hat mir damals im Nachdenken über diese Ansage und im Nachdenken meiner eigenen Sozialisation das Kauen kurzfristig beim Abendessen nicht erleichtert wir konnten aber das dann alles friedlich aufklären und haben meines Wissens das Essen auch miteinander friedlich beendet spannend war und ist es allemal was du damals gesagt hast und auch immer wieder sagst das politische gehört konstitutiv zu einem biblisch begründeten Glauben das politische gehört konstitutiv zu einem biblisch begründeten Glauben das politische ist ein selbstverständlicher Teil von Kirche und Theologie wie du immer wieder betonst Nachsatz ob das nun gefällt oder nicht gefällt liebe Regina ich darf dich um dein Statement bitten Danke lieber Bernd für die freundliche Begrüßung und die Erinnerung an dieses Gespräch meine Einschätzung hat sich nicht verändert ich kann sie nur besser begründen als vor zehn Jahren glaube ich ich habe auch eine PowerPoint Präsentation mitgebracht die werde ich jetzt freigeben wenn ich das schaffe jawohl sieht man das man sieht es Regina wunderbar danke so ja die Frage die mir gestellt worden ist von den theologischen Kursen hat gelautet warum muss theologische Bildung politisch sein und ich möchte diese Frage in drei Schritten beantworten erstens aus empirischer Perspektive zweitens aus theologischer Perspektive und drittens mit einer Frage oder mit ein paar Ideen was heißt das eigentlich für die Praxis der Kirchen und näher in der katholischen Kirche ich habe auch zwei Bilder die sehr heterogene Assoziationen freisetzen Heinz Christian Strache mit seinem Kreuz sie erinnern sich unter Vereinnahmung des Christentums für seine Argumentationen und Papst Franziskus im Gespräch mit Migranten und Migrantinnen zu den empirischen Gründen sozialwissenschaftliche Studien belegen nach wie vor einen handfesten signifikanten Einfluss von Religiosität auf politische Einstellungen und auch wenn wir aus der letzten 2017 europäischen Wertestudie wissen, dass dieser Einfluss mittlerweile deutlich erodiert, wirken historische kulturelle und konfessionelle Prägungen durch die christlichen Kirchen europaweit bis heute nach. Das möchte ich anhand einiger empirischer Ergebnisse belegen. Bereits 2010 konnten Leuk Hallmann und Will Arz in der europäischen Wertestudie für ganz Europa zeigen, dass ein sogenanntes normativ-religiöses Selbstverständnis signifikant mit politikrelevanten Einstellungen zusammenhängt. Das heißt, Personen, die hohe Zustimmungswerte bei Indikatoren haben, die Religiosität messen, setzen ihr Vertrauen stärker auf autoritative Institutionen wie das Militär und die Polizei und weniger auf Parlament und Zivilgesellschaft. Sie bevorzugen bei Erziehungswerten Autorität vor Autonomie, zeigen höhere Ablehnung von ethnischen und anderen Minoritäten und bevorzugen kulturelle Homogenität. Sie identifizieren sich stärker mit ihrer Heimatregion als mit Europa oder der Welt und geben materiellen Werten Vorrang vor postmateriellen Werten. Sie sind auch eher der Meinung, dass Frauen Kinder haben müssen, um glücklich zu sein und sind auch eher dazu oder waren auch eher dazu bereit, finanzielle Opfer im Kampf gegen die Umweltverschmutzung zu erbringen. In all diesen Merkmalen unterscheiden sie sich deutlich von jenen Befragten, die man dem autonomen sozialen Liberalismus zuordnen kann. Interessant sind hier auch die Länderunterschiede Wir haben auf der einen Seite Länder, wo diese normativ-religiöse Dimension sehr stark ausgeprägt ist, wie beispielsweise Italien, Griechenland, Polen, Kroatien, Ungarn und Rumänien. Und am unteren Spektrum, also dort, wo diese Dimension weniger stark ausgeprägt ist, Dänemark, Finnland, Schweden, die Niederlande und Frankreich und Österreich liegt hier vergleichsweise in der Mitte. Zweites Beispiel, in der jüngsten europäischen Wertestudien Welle 2017, an der wir gerade unter dem Titel Values, Politics and Religion arbeiten, haben wir uns die Zusammenhänge näher angesehen, um herauszufinden, ob Religiosität tatsächlich der einzige Erklärungsfaktor für diese Zusammenhänge ist. Das heißt, wir wollten wissen, welche Religiosität begünstigt Einstellungen, die eine antidemokratische Tendenz haben. Gerd und Susanne Pickel, die sich dieser Frage gewidmet hatten, dokumentieren einen ambivalenten Einfluss von Religiosität. Personen, deren Religiosität sich mit sozialem und gesellschaftlichem Engagement, also einer konkreten Praxis verbindet, haben eine Tendenz zu pro-demokratischen Werten, während Personen, deren Religiosität eher traditionell kirchlich-dogmatisch orientiert ist, besorgniserregende Tendenzen zu Einstellungen haben, die die liberale Demokratie gefährden. Also beispielsweise Autoritarismus, Ablehnung von ethnischen Minoritäten und Ablehnung von Pluralität. Mein Kollege Dirk Schuster und ich wiederum haben festgestellt, dass Religiosität erst in Kombination mit soziodemografischen Merkmalen einerseits und religionspolitischen, näherhin islamfeindlichen religionspolitischen Diskursen antidemokratische Tendenzen zeigt. Das heißt im Konkreten ältere Personen und Personen in ruralen Gebieten und Kleinstädten sowie Menschen mit niedrigem Einkommen weisen signifikant häufiger Religiositäten auf, die sich gegen Prinzipien der liberalen Demokratie wenden. Was die Auswirkung islamfeindlicher Diskurse angeht, sind diese einerseits unabhängig von Religiosität, wie zum Beispiel in Tschechien, Aber dort, wo die Bevölkerung mehrheitlich noch sehr religiös ist, wirkt Religiosität wie ein Verstärker antidemokratischer Einstellungen. Damit bin ich beim dritten Befund und das deckt sich mit dem, was die Siglinde Rosenberger auch in einer ihrer Thesen festgestellt hat. Die Studie Being Christian in Western Europe des Pew Research Center zeigt, dass ein christliches Selbstverständnis Funktionen eines kulturellen Identity Markers übernommen hat, insbesondere bei Personen, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen. Das heißt, christliche Identität dient dann dazu, sich einer je nationalen Kultur zuzuordnen und zugleich damit sich von Migranten und vor allen Dingen von Muslimen und deren Kultur abzugrenzen beziehungsweise diese auch auszugrenzen. Damit bin ich bei den theologischen Gründen. Auch hier wieder zwei Bilder der Exodus und die Gerichtsverhandlung zwischen Jesus und Pilatus. Diese theologischen Gründe kann ich hier natürlich jetzt nicht umfassend ausführen, möchte mich aber auf die biblische Dimension fokussieren. Die theologischen Gründe zeigen die Notwendigkeit, sich auch theologisch diesem Thema Politik zu widmen, weil viele der eben skizzierten antidemokratischen politischen Einstellungen auch mit einem christlich-theologisch reflektierten Selbstverständnis nicht kompatibel sind. Ob es Christen und Christinnen gefällt oder nicht, das Politische gehört konstitutiv zu einem Glauben, der sich auf die normativen Texte der Heiligen Schrift bezieht. Politisch meint hier nicht parteipolitisch oder interessenspolitisch, sondern ist im Sinne der Verantwortung für ein gerechtes und gemeinwohlorientiertes Zusammenleben in Frieden zu verstehen. Nahezu alle biblischen Texte sind von Menschen verfasst worden, die sich als Verfolgte, Vertriebene, Diskriminierte, als Fremde im Exil und in der Diaspora Lebende mit der Übermacht von politischen Imperien konfrontiert haben. Ägypten, Babylon, das Römische Reich. Dieser imperiale Kontext ist nicht nur ein informativer Hintergrund dieser Texte, sondern wird in diesen Texten auch zum Gegenstand theologischer Reflexion und Kritik, weil diese Imperien Opfer erzeugen. Das heißt, das Leben von Menschen und insbesondere auch der Verfasser und deren Vorfahren beschädigen, beeinträchtigen, auch zum Teil zerstören. Man kann die Bibel daher auch als Textsammlung interpretieren, die eine umfassende Kritik an jeder Form politischer und religiöser Machtausübung übt, die menschliches Leben beschädigt und die zugleich alternativen gesellschaftlichen Zusammenlebens entwirft. Die Kritik an Pharaonen jedweder Art, die Option für alle, die in einer Gesellschaft marginalisiert sind, biblisch sind das Arme, Witwen, Weise, Fremde und Kranke, der Stellenwert von Recht und Gesetz zur Etablierung einer gerechten Gesellschaft, die Anerkennung von kultureller Pluralität und nicht zuletzt die Betonung, dass Gott und keine irdische Macht der Herr der Geschichte ist und deshalb niemand den Anspruch auf absolute, totale Herrschaft über Menschen stellen kann und darf, sind nur ein paar wenige Beispiele für diese politische Dienstdimension insbesondere im Alten Testament. Aber auch der Tod des Jesus von Nazareth erfolgt an der Schnittstelle von religiöser und politischer Macht. Mit dem Glauben an die Auferstehung wird den Machthabern aber nicht das letzte Wort gelassen. Nicht zuletzt bezieht sich das Wort Jesu, bei euch aber soll es anders sein, nicht auf jedes mögliche Verhalten, sondern auf Machtverhältnisse. Unter der Überschrift vom Herrschen und Dienen lesen wir dort in Matthäus 10, da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein und wer bei euch der Erste sein will, soll das klar für alle sein. Die biblischen Texte und insbesondere diese Schriftstelle zeigen hier eine Kehrtwende im Verständnis von Macht und sind daher eminent politisch oder vielleicht besser gesagt politisch visionär. In der Metaphe des Reiches Gottes, das im Zentrum der Verkündigung Jesus steht, wird diese politische Vision konkret. In den Worten und Taten Jesu werden ganz in der jüdischen Tradition Grundprinzipien eines Zusammenlebens von Menschen erkennbar, die einer alternativen Ordnung zugrunde liegen können und sollen. Würde und Rechte jedes einzelnen Menschen, die Suche nach der je größeren Gerechtigkeit, die Orientierung der Gesellschaft an den Schwächsten, also Kinder in der Mitte, Frauen als Partnerinnen, gerechter Lohn für alle, Integration und Partizipation der Ausgegrenzten, Anerkennung der kulturell und religiös anderen und nicht zuletzt die Liebe zum Nächsten und zu Gott, bilden das spirituelle und praktische Fundament, damit diese Verheißung ohne Gewalt real werden kann. In einer solchen Vision oder biblisch formuliert eigentlich eher Verheißung, ist für Autoritarismus, Fremdenfeindlichkeit, Ignoranz gegenüber den Interessen und Bedürfnissen von Kindern, begrenzte nationale Horizonte, Homogenitätsvorstellung, Abgrenzung, Ausgrenzung und vieles mehr kein Platz, denn die Botschaft der Bibel hat eine universelle und eine menschheitliche Ausrichtung. Damit bin ich beim letzten Punkt, welche Rolle hat die Kirche in diesen politischen Zusammenhängen und welche Rolle kommt dabei der theologischen Bildung zu? Ich habe hier drei Symbolbilder genommen, Kardinal Initzer, eine Aufnahme aus dem 34er Jahr, Decolonizing the Church, ein Beispiel für neue Themen in der Theologie und zwar sehr politische Themen, Kampf gegen Rassismus und unten, das sieht man nicht so gut, das ist ein Auszug aus dem Kapitel 4 von Gaudio Metzbes, wo es um die politischen Aufgaben von katholischen Christen und Christinnen geht. Nüchtern muss man allerdings zunächst feststellen, dass die erste Aufgabe der Kirche Selbstkritik in politischer Hinsicht ist. Zu deutlich wird in den empirischen Befunden die lange Verbindung der Kirche mit politischen Machthabern und ihre primäre Funktion gesellschaftlicher Stabilisierung und herrschender Ordnungen. Religiöse Sozialisation und Prägung begünstigen immer noch bei zu vielen Menschen demokratiepolitisch problematische Einstellungen. In Österreich ist hier auch an die Rolle der katholischen Kirche im Austrofaschismus zu erinnern, an den politischen Katholizismus, die Rolle der katholischen Kirche in der NS-Zeit, die jetzt im Unterschied zur evangelischen Kirche in Österreich nicht gleichermaßen aufgearbeitet worden ist. All das lässt die Vorstellung einer Kirche, die sich politisch einmischen soll und muss zu Recht mit etwas Vorsicht und Skepsis betrachten. Und nicht zuletzt macht es der interne Umgang mit Macht in der Kirche schwer, sich als glaubwürdiger Akteur ins politische Feld einzubringen. Der hunderttausendfache Missbrauch der amerikalspiritueller Macht gegenüber Minderjährigen lässt einen hier eher schamvoll verstummen. Vorsicht, Bescheidenheit und Demut sind also angebracht, wenn man über die politischen Aufgaben der Kirche nachdenkt. Gleichwohl gibt es nach biblischem Zeugnis keine Alternative, wieder und neu darüber nachzudenken, wie die Kirche und ihre Gläubigen ihre politische Verantwortung verwirklichen kann. Auch die Erinnerung an die durchaus positiven Beiträge der Kirche zum politischen Zusammenleben in der Kirchengeschichte verpflichten dazu und zeigen, dass dies durchaus möglich war und daher auch ist. Ja, tatsächlich, solche positiven Beiträge gibt es. Ich erwähne das Buch von Michael Mitterauer, Warum Europa, der darin gezeigt hat, dass bis in die Neuzeit hinein die Kirche maßgeblicher Akteur bei, man sollte es nicht glauben, Demokratisierungsprozessen und auch der Befreiung von Frauen war und der Etablierung von Werten wie Gleichheit, Würde und Armutsbekämpfung. Auch die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes spricht im vierten Kapitel die Gläubigen ausdrücklich auf ihre politische Verantwortung hin an und formuliert darin Prinzipien, Kriterien und auch ganz konkrete Aufgaben politischen Handelns. Und nicht zuletzt, horizonterweiternd, sei auch an das internationale Engagement der katholischen Kirche, insbesondere im globalen Süden erinnert, im Kampf gegen die Armut, gegen den Rassismus, gegen Neokolonialismus, das Wirken in Versöhnungsprozessen und in migrationspolitischen Fragen ist die katholische Kirche, zumindest im globalen Süden, auf allen Ebenen ein maßgeblicher Akteur und oft auch eine Pionierin. Und damit kommt die theologische Bildung ins Spiel. Ich komme zum Schluss. Die problematischen Auswirkungen von Religiosität auf politische Einstellungen lassen einen eklatanten Mangel an Kenntnissen und Bildung erkennen. Viele Katholiken in Europa und Katholikinnen kennen die diesbezüglich eigene Tradition wie auch die globale Praxis der Kirchen nicht. Will man also die Fehler und die Schuld der Vergangenheit nicht wiederholen und zugleich ein fundiertes, reflektiertes und verantwortetes Verständnis eines zeitgerechten politischen Handelns der Kirche und der Gläubigen entwickeln, kommt man um theologische Bildung, die der Frage nach dem politischen entsprechend Raum gibt, gar nicht umhin. Nicht zuletzt die Fülle der multiplen globalen Krisen, der Gegenwart, die Migration, die Klimakatastrophen, die Pandemien und die zu erwartenden Finanzkrisen verpflichten uns dazu. Danke für die Aufmerksamkeit.